24 Stunden im Leben eines Luxus-Autohändlers. Wir wickeln einen Bugatti Chiron Sport ab. Leser, öffne dich. So Leute, der Deal ist durch. Wir haben das Auto. Der Kunde hat das Geld auf dem Konto. Ich habe alle Papiere und Schlüssel. Ich stehe vor einem schwarzen Bugatti. Mega Gefühl, saugeil. Wir holen jetzt ein Auto ab, denn ich habe einen VIP-Kunden, der wiederum eine VIP-Bar besitzt. Ein Member Club in München. Ich habe mir jetzt den Rolls-Royce Wraith Black Badge ausgesucht. Das Auto würde ich ihm gerne einmal vorführen. Er wollte mal eine Inspiration, was er denn so als Auto für seine Kunden haben könnte. Zwei oder vier Türen? Eigentlich vier Türen. Eigentlich vier? Ja. Dann würde ich sagen, ich komme mit einem Viertürer wieder. Ja. Letzter Tagespunkt. Es ist Abendgarderobe angesagt. Wie ihr seht, wir haben die Eröffnung der Destination Porsche Augsburg.